Früher auch mit Abschlag in Altersrente gehen und grenzenlos dazuverdienen. Warum noch bis zur Regelaltersgrenze warten? Rentenbescheid24.de zeigt Ihnen, was ab 2023 möglich ist. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Für viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer könnte das Jahr 2023 genau das Jahr sein, um in Rente zu gehen oder besser noch eine vorgezogene Altersrente in Anspruch zu nehmen und weiter zu arbeiten. Der Gesetzgeber hat ja beschlossen, dass die Hinzuverdienstgrenze für bei vorgezogenen Altersrenten ab 2023 ersatzlos gestrichen werden. Grenzenloser Hinzuverdienst ist daher also möglich. Und warum sollten Sie dann auch noch auf die Regelaltersrente oder Grenze warten und diese Rente erst dann viel später beziehen wollen? Selbst wenn Sie Abschläge in der früheren Rente haben sollten, wird sich für viele Menschen, wir reden hier von Hunderttausenden Versicherten, die Frage stellen, lohnt es sich nicht, lohnt es sich tatsächlich nicht, vorzeitig in Rente zu gehen? Die Möglichkeit grenzenlos ab 2023 neben der Rente dazu zu verdienen, lockt tatsächlich schon viele Menschen. Und auch die Absicht, einen möglichen Abschlag mit dem Rentenbeginn über einen Verdienst nach dem Rentenbeginn entweder voll oder teilweise auszugleichen. Denn wer neben der Rente vor der Regelaltersgrenze dazu verdient, kann weitere Zuschlagsentgeltpunkte auf die bestehenden festgestellten persönlichen Entgeltpunkte erhalten und so seine Abschläge auch noch mindern. Dies gilt auch in den Fällen, in denen die Versicherten keine Abschläge beziehen, aber trotzdem weiter neben der Rente arbeiten. Dann bekomme ich über den Hinzuverdienst auch noch sogenannte Zuschlagsentgeltpunkte für eine spätere höhere Rente. Finanziell kann der grenzenlose Hinzuverdienst ein Volltreffer für Sie sein, weil Sie neben dem Hinzuverdienst aus Ihrer Beschäftigung noch eine Rente beziehen könnten und somit zwei Einkünfte im Monat haben. Ja, sicher werden Sie auch Steuern zahlen müssen, aber Sie werden netto mehr in der Tasche monatlich haben. Allein schon die Tatsache, dass Sie mit der Altersrente über die Laufzeit bis zu Ihrem Lebensende der deutschen Rentenversicherung ein finanzielles Schnippchen schlagen können, lohnt sich für viele, die Rente früher zu beantragen. Sie hätten zwar eine geringere Altersrente, zum Beispiel wegen den Abschlägen oder weil Sie bis dahin weniger verdient haben, ist ja klar, können diese aber, also die Abschläge, über die längere Laufzeit der Rente bis zu Ihrem statistischen Sterbedatum ausgleichen, als wenn Sie erst mit der Regelaltersgrenze eine Regelaltersrente in Anspruch nehmen, also viel später die Rente in Anspruch nehmen und dann möglicherweise auf viele tausende Euro Rentenleistung verzichten. Wenn Sie den vorzeitigen Rentenbeginn ins Auge fassen wollen, dann sollten Sie mehrere wichtige Dinge beachten. Erstens prüfen Sie, ob arbeitsrechtlich der Rentenbeginn oder Rentenantrag zu einem Ende, automatischem Ende des Arbeitsverhältnisses führen kann. Oftmals ist in Arbeitsverträgen oder Tarifverträgen eine solche entsprechende Klausel niedergelegt. Da ist exakt zu prüfen, ob diese Klausel auch tatsächlich zum Ende des Arbeitsverhältnisses bei Rentenbeginn führen kann. Dann sollten Sie bitte die Höhe des eventuellen Abschlags ausrechnen, Höhe der Rente mit Abschlag oder ohne ab Rentenbeginn genau ausrechnen, damit Sie wissen, wie hoch Ihre Brutto oder gegebenenfalls auch die Netto-Rente dann tatsächlich ist. Dann eventuell die Höhe der zusätzlichen Entgeltpunkte aus Ihrem Verdienst ab Rentenbeginn ausrechnen, und um so zu erfahren, in welcher Höhe Sie den möglichen Abschlag in der Rente mindern oder sogar vollständig über die Laufzeit der Verdienstmöglichkeiten ausgleichen können. Nettoverdienst und Netto-Rente berechnen und so den Gesamtmonatsverdienst ermitteln und gegebenenfalls über eine Steuervorausberechnung überschlägig für das Jahr des Rentenbeginns ausrechnen, wie hoch die anfallenden Einkommenssteuern aus dem Verdienst plus Rente sein können, um gegebenenfalls schon mit dem Finanzamt über eine Einkommenssteuervorauszahlung reden oder verhandeln zu können. Damit ist klar, dass die Beantragung einer vorgezogenen Altersrente eine rein rechnerische Entscheidung ist, wobei für die Entscheidung für Sie individuelle Modellrechnungen erforderlich sind und natürlich auch ein erheblicher Beratungsaufwand und Bedarf bei Ihnen dann in solchen Fällen bestehen wird. Daher können wir Ihnen nur raten, dass Sie sich frühzeitig mit den Fragen eines vorzeitigen Rentenbeginns im Jahr 2023 beschäftigen und sich gegebenenfalls Rat und Hilfe von einem unabhängigen, gerichtlich zugelassenen Rentenberater einholen. Im Bedarfsfall nutzen Sie einfach unsere Beratungs- und Planungsangebote zum Thema Früher in Rente gehen auf Rentenbescheid24.de Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel Ich wünsche Ihnen jetzt auf die Situation ein paar Minuten im Jahr 2023